das teile geht ab und farblich ich weiß nicht ob ihr das so seht ich kann mal hier nah an die scheibe rangehen da sieht man mich so farblich ist das echt so sehr nice hier mit meiner rot weiß schwarzen lederkummi und diesen roller das passt natürlich überhaupt nicht der sound ist auf vielleicht neu ist stoppselt juckt mich nicht ja Ja? Hi! Das war mal ein Fahrrad! Ey, da ist ein Motorrad! Ist das ein Roller? Ist das ein Motorrad, oder? Ist das ein Roller? Das ist ein fucking Roller! Ey, das sah doch aus wie ein Motorrad, oder? Ey, das ist ein anderes... Das ist ein fucking anderes Bike! Moin! Geil! Ah, ein Tunnel! Ein Tunnel! Ich freue mich einfach über diese Tunnel! Ich... Die geben meinem Leben einfach endlich wieder einen Sinn! Boom, Alter! Ich hab ihn gar nicht gehört! Ich hab nur gesehen, wie er am Gas gespielt hat! Boah, schon wieder meine Finger so... Also, falls ihr bei solchen Temperaturen auch fahrt... Schüttelt eure Hände... Wie keine Ahnung was... Das hilft! 30! 30! Altenheim! Vielleicht kommen die Rentner hier raus! Vielleicht wollen die Rentner eine Runde mit mir drehen hier! Die Omis... Die Spitzen-Omis fahren mit einem Motorrad! Das wär auch noch was für ein Video! Ich hab die Ampel gar nicht gesehen, Mann! Ich hab die Ampel gar nicht gesehen, Mann! Nein! Hast du mein Hinterrad gesehen? Junge! Hier einfach ein Video gemacht! Mach doch mal ne Fehlzündung! Junge, Feuer, Junge! Das ist ein Video! Das ist ein Video! Das ist ein Video! Als ob da Feuer rauskommt! Das ist ein Begrenzer! Da passiert nichts, wenn du in den Begrenzer kommst! Der begrenzt das! Als ob da gerade Feuer rauskommt! So ne Flamme mindestens! Als ob das! Bestimmt 20cm! Ich will sie das aussuchen kurz! Huuuuh! Tief! 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 Ich dachte gerade so WTF! Huuuuh! Ich boxe dich gleich vom Motorrad runter. Einmal Gas geben, dann ist er weg. Jetzt wird getanzt, Leute. Heißt, ich weiß, was du mit ihnen verabschiedet hast. Das sind die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020